Oh Gott, jetzt hat der sich verpisst! Wir werden immer noch von dem Wein abgepaldert. Was, jetzt haben wir gewonnen, haben wir verloren? Es ist unklar gerade. Was sagt ein Fallschirmjäger zu Bodennebel? Die Wolke nehme ich auch noch mit. Der Hauptmann ist sehr schlecht gelaunt, kein Zweifel! Einmal dich einfach rausreißen! Was ist das denn? Es war ein Putzer! Ne, ich hör das, ich hör das alles gut. Es wäre egal! Hehehehehehehe Drei! Junge! ehrlich runter runter ich habe gerade überhaupt kein magazin nachgeladen super es Entweder erwischen uns die Verbrannten, die Wilden oder die Rats. Ich werde hier auf eine Goldgrube stoßen. Hier, aber kennst du einen sicheren Ort, an dem ich bleiben und... Vielleicht muss ich was machen können? Ich bin eine praktische Hilfe. Ich kann was. Ich wusste, dass es sich lohnt, bei Paige in der Bande zu bleiben. Du verlieren! Ich bin eine Das ist schon der vierte Fall. Du musst mal so einen Blueprint mit so einem äh... Den kann man auch als Casual-Gegner hier haben. Okay. Was warst du für'n Scheiß? Ich kann mir das richtig vorstellen, wie vom Schwarzen so ein Licht geht und dann so... Was warst du für dich? Was warst du für dich? Was warst du für dich? Alter! Ich mach's! Aber gib mir Deckung! Okay. Ich kann nicht... Ich kann nicht... Oh! Huh! Steuerung ist ausgefallen! Spieeeel! Hallo! Die Steuerung ist aus! Ich kann Geralds Arm drehen! Super! Und der... Der hängt da bin's ordentlich! Okay. Ich grab' zwar nicht ganz was hier abgeht, aber... Solange die Gegner in meiner Umgebung Schaden nehmen... Ich hab' jetzt nicht... Ich hab' keine Hilfe! Ey, was war hier... Was ist jetzt los gewesen? Ich... Hä? Ey! Verpest du... Ahhhh! Ahhhhhh! Halt! Ahhhh! 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 Ja. Mutant! Oh! Ja? Hm, ich habe einen Bug ausgelöst und jetzt stecke ich fest. Oh Gott! Und du gehst mit ihnen zusammen, Bart. Meine Katze, und sie hasst mich. Der Typ hat seine Fackeln fallen gelassen. Und sie ist mit ihren Schrauben. Ich bin mit dem Stil. Und sie ist mit dem Stil. Der Kaiser wird uns führen, geradewegs nach Novigrad. Weißt du was, ganz am Anfang übergangs nicht geht? Was macht ein Heli? Perfekt eingeparkt. Du schuldigst jetzt einfach Abflugmast. Das war jetzt. Das ist eine ziemlich dumme Aktie. 360 Grad in die Stange. Kusch dich. Kusch dich. Danke. Ich schieße auf die Vitrine. Ich schieße auf die Vitrine. Wie gut. Ich schieße gleich auf die Vitrine. Ich schieße. Ich schieße. Huch. Hier regnet es Idioten. Was war das? Hier ist ja auch eine Baustelle. Scheiße. Okay. Hör, merkst du gar nicht, was du hier für ein Gen... Ich schieße mich. Was zur Hölle? Eine sehr persönliche... Wow! Wow! Der N-PC der portet sich einfach noch... Lass ihn, lass ihn, die portet sich so lustig... Nein! Du Unmensch. Der verfolgt mich an mir, hab das Gefühl. Was waren der N-PCs wieder für ein Scheiß zusammen? Ich hab die Republican Space Ranger Dinge, die sind auf Hardcore getarnt. Jintellminister... Das... Das... ...s... ...ids Spaca! Muiii network Den Short-Card runter! Du musst die denken! Deine Mutter hat ein Bein und fährt Roller. Deine Mutter ist so fett, wenn sie High-Heals trägt, bohrt sie beim Laufen nach Öl. Meine Mutter macht Eisfischen in der Schlitzschuhhalle. Dass ich die Uwe braucht, kann sie wenn sie 45г,18p, 18p, 17p und 17p! Nööööööööööööööööööööööüss angoten! Wieso kannst Du deine Waffe leermachen? spontaneous Ich 3 Was steht da mitten auf der Straße? Das ist nur diese eine leiche die da rum legt die jedes mal überfahren wird Das sind die Notärzte gucken sich das an und was machen was machen die MPCs fahren weiter drüber Wir haben einer nach dem anderen da einfach drüber heizt Jetzt wird der Notarzt noch anfangen Hier kommt ein Auto nach dem anderen überfährt die Leiche und die Notärzte gucken die Leiche an so Ach die arme Sau Nächste drüber fährt die Ärzte wieder an Oh oh hier sind die Ärzte Ja 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 Sie haben die Verfolgung aufgegeben Was machen sie jetzt? Was machen sie jetzt? Sie steigen wieder ein jetzt rückens ab Ich hab jetzt definitiv bestätigt dass sie eine Person nehmen jetzt Schau mal da unten Ja Ja Die Auge hier einfach Das Monster das das hockt da einfach nur rum Ich bin voll drauf vorbeigeflogen Du wirst zum Psychopaten Ja Warte lass mich mitfahren! Lass mich mitfahren! Kann ich nicht hin? Ja gut, los gehts! Äh, spackig oder hängt das Boot so ein bisschen im Auto? Ähm, doch! Äh 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 Wie, gleich kommt gerade! Alter! Äh 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 Guck mal, hast ne Frau drin! Da ist ne Frau drin! Siehste? Die ist ein bisschen de-platziert! Raus da! Die kommen nicht raus! Kann ich ja schießen? Ne Denk einfach fest! Warte! Geh mal weg! Äh, die Hütte ist komplett weg! Ähm Äh, ich will Bohlzei machen! Bohlzei! Sooo Nimmst nen Anhalter mit! Äh Äh Schredder mich aber bei Bedarf mit den Rotoren, ne? Aua! 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 Hahahaha Kein weg da, aber es passt! Hahahaha 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 Komm an, Biggie Jetzt geh doch einfach rein, ohne die sich jetzt noch mit voll zu schwechern Hahahaha Wird das noch was? Hahahaha Hahahaha Eeh, endlich Hahahaha 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 Er ist da! Hahahaha Hahahaha Tschuu! Hahahaha Hahahaha Ich liebe's Ich hab grad nen Gegner an der Klippe gek- Hahahaha Wie geil! Gleich geht's los. Einfach vorwärts laufen und dann direkt dann. Du hast keine Ohren, verpiss dich von meiner Brücke. Das ist ja wirklich gut. 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 Das ging irgendwie... Warum... Ja, danke, hab's gut. Wir in der Kuh gehalten, bleibt so... Weißt du, jetzt... Eigentlich Klippen? Mach ich auch. Komm her! Klippen! Internet-Sund! Was du? Cho lime! Ja! Ich muss wenigstens! Wir sind alle. Wir sind alle. Wir sind alle. Wir sind alle. Alter wie schön die jetzt gefallen sind in meiner Aufnahme war das richtig episch ist das so wurscht mit ins Loch rein und wenn er die drei rüber da ich hab kills get on my lap ha multi kill die russung hat dich halt verwirrt ey bei mir auf dem Bild der Orochi in der Typo ist komplett desorientiert der guckt einfach nach links Alter, Junge ich bin hier vorne mein charakter ist wieder hart desorientiert Das war desorientiert? Was war das? Ich hatte keinen Fall. Wir gewonnen! Was ist hier los? GAMING Was ist hier los? GAMING Die fang alles. Was ist hier los? Ich bin sehr glücklich, dass Sie alle sicherlich zurückkommen sind. Als die Quaken begonnen haben, haben wir alle Kommunikation mit der Gateway-Chamber gegründet. Und das Schmerz war das Schmerz. Aber wo hast du? Durch die Gateway? Und was ist das Land? Ich habe noch nie gesehen, wie es. Mein Geist zu dein Geist zu dein Geist. Deine Gedanken zu meine Gedanken. Die Gedanken zu dein Geist zu dein Geist zu dein Geist zu dein Geist zu steigen. Was ist das? 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 Bis zum nächsten Mal.